Moin! Ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, muss hier irgendwo Störtebeckers Schatzversteck liegen. Also Störtebeckers Schatz haben wir bisher nicht gefunden. Wir sind aber ganz dicht auf den Fersen, haben aber dafür ein Seezeichen aus damaliger Zeit entdeckt, die Kugelbarke. Bisher war ich hier noch nicht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ob hier Störtebeckers Schatz vergraben liegt? Ich weiß nicht. Also Störtebeckers Schatz habe ich ja nicht gefunden, aber zumindest persönlich. Herr Störtebecker, kannst du mir sagen, wo dein Schatz liegt? Sag mal kurz, ins Ohr. Was? Wo soll er sein? Wie, der ist schon verprasst. Oder aber auch hier könnte ein Hinweis sein.